Musik In Kirchberg an der Raab hat der neue Nah- und Frischmarkt eröffnet. 91 Jahre war die Familie Neumeister der Nahversorger des Ortes. Nun übernimmt die Familie Wacker mit ihren Mitarbeitern diese Tätigkeit im Ortskern von Kirchberg. Es war eine schwierige Zeit, eine schöne Zeit. Wir haben dieses Projekt, so wie es hier steht, in acht Wochen umgesetzt. Vom alten ehemaligen Neumeistergeschäft zu diesem neuen Herzstück, wie ich so gern sage. Und es war miteinander mit der Pfeiffer Unimac-Gruppe dieses Projekt in Angriff genommen, mit der Gemeinde natürlich. Alleine wäre es nicht gegangen. Und haben einige Herzpunkte herausgenommen, die uns unsere Kunden auch zugetragen haben. Seit 1. November betreibe ich diesen Standort, wo wir wirklich sehr großen Wert gelegt haben auf Regionalität, wie wir im Hintergrund eben sehen. Bio war ein großes Thema und natürlich unser Herzstück, das ist die komplett neu gestaltete Feinkost, wo wir wirklich zu uns, zu den Feinkost-Spezialisten uns im Raabtal hinaufarbeiten wollen. Der neu umgebaute Markt überzeugt mit einem vielseitigen Angebot und zahlreichen Schwerpunkten, wie etwa einer breiten Palette an regionalen Produkten und Bioprodukten. Auf die Kunden wartet darüber hinaus eine exquisite Feinkost-Auswahl sowie eine Kaffee-Ecke. In diesen Zeiten weiß man erst, was man im Ort und was man in der Gemeinde alles selber hat und produzieren kann. Und das ist bei uns wirklich vom Ei über die Nudel bis hin zum Kernöl verschiedene Weinbauern, die wir in der Gemeinde haben. Und das haben wir alles mit aufgenommen in unser Programm. Wir wollen das forcieren und natürlich auch noch ausbauen. Es gibt auch eine Küche in unserem neuen Geschäft, wo ich als gelernter Koch- und Fleischhacker natürlich von Montag bis Freitag auch einen Mittagstisch auskochen möchte und werde, der zum Mit- nach Hause nehmen oder auch hier zum Verzehr gedacht ist. Kundenservice steht hier an oberster Stelle. So bietet der Nah- und Frischmarkt nicht nur ein Zustellservice an, sondern ist auch Postpartner im Ort. Es freut mich ganz besonders, dass wir für den Nahversorger in Kirchberg-Anterab einen Nachfolger gefunden haben mit der Familie Wacker. Und für den Ortskern in Kirchberg-Anterab ist es ganz besonders wichtig, dass dieser Nahversorger für die Zukunft in Kirchberg gesichert ist. Für uns ist es einmal wichtig, dass wir das Bestehende natürlich festigen. Wir haben uns eigentlich große Ziele gesteckt, in erster Linie in diese Fußstapfen, die uns die Familie Neumeister gesetzt hat, ist es nicht einfach hineinzusteigen. Aber mein großes Ziel gemeinsam mit meiner Familie ist wirklich, wir wollen diesen Standort für die Gemeinde Kirchberg, für den Kern der Gemeinde Kirchberg erhalten und natürlich auch ein bisschen ausbauen. Nah- und frisch Wacker. Ein echter Nahversorger in Kirchberg-Anterab. Ein echter Nahversorger in Kirchberg.